Und es war professionell. Gib uns mal dein Feedback. Wie war es für dich? Es war für mich eine sehr tolle Erfahrung. Es hat super Spaß gemacht. Es waren Models aus allen Kontinenten und die waren alle super drauf, alle super hübsch und ein tolles Projekt. Bis zum nächsten Mal.